Hallo Leute, heute ein Yoga Video von mir für das Yoga Studio Kramsach. Wir stellen uns am Beginn der Matte hin, einatmen, nach oben, lang ziehen, ausatmen, mit geradem Rücken nach unten in die Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, über die Seiten hoch, einatmen, lang machen, seitenlang strecken. Ausatmen, Namaste, einatmen, ausatmen, einatmen, lang machen, ausatmen, Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, über die Seiten hoch, ein langer, gerader Rücken und ausatmen. Ausatmen, Namaste, einatmen, ausatmen, einatmen, lang machen, ausatmen, in die Vorwärtsbeuge, fein hängen lassen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, und wiederum über die Seiten hoch, lang machen, und ausatmen, Namaste, einatmen, ausatmen, lang ziehen, und ausatmen, in die Vorwärtsbeuge, Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, Vorwärtsbeuge, über die Seiten hoch, lang machen, und ausatmen, tief tauchen, in die Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, und wiederum über die Seiten hoch ein, lang machen, und ausatmen, ausatmen, Namaste, name, ausatmen, 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 und ausatmen, in die Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge und wiederum über die Seiten hoch ein, lang machen und ausatmen, Namaste, einatmen, ausatmen, einatmen, lang ziehen, Seiten lang machen und ausatmen in die Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze rechten Fuß nach hinten und schön positionieren, beide Füße schön aktiv, die Füße ziehen zueinander und dann einatmen und ausatmen, einatmen und ausatmen, einatmen und ausatmen und wieder nach vorne steigen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen und wiederum über die Seiten hoch einatmen, lang ziehen und ausatmen, Namaste, einatmen, ausatmen, einatmen, lang ziehen und ausatmen, in die Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, linken Fuß nach hinten und wieder fein einrichten, beide Füße sind fein aktiv, die Füße wieder zueinander ziehen und dann einatmen und ausatmen, einatmen und ausatmen, einatmen und ausatmen, eine Streckung und linken Fuß wieder nach vorne, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, über die Seiten wieder hoch ein, lang machen und ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, lang machen und ausatmen, ausatmen, Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge und rechten Fuß nach hinten und wieder schön stabilisieren, Füße wieder zueinander ziehen und einatmen und ausatmen, schön tief tauchen, einatmen, runde Rücken und ausatmen und einatmen und ausatmen und rechten Fuß wieder dazu stellen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge und wiederum über die die Seiten hoch ein, lang machen und ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, lang und ausatmen, tief tauchen in die Vorwärtsbeuge und linken Fuß nach hinten und wieder schön stabilisieren, ganz fein in der Hüfte spüren und einatmen und ausatmen und einatmen und ausatmen und und linken Fuß wieder dazu stellen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge und wiederum über die Seiten hoch ein, lang machen und ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, lang ziehen und ausatmen, wieder tief tauchen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze und rechten Fuß nach hinten und wieder einrichten, schön tief das Becken halten, Füße wieder zueinander ziehen und einatmen und ausatmen, einatmen, schön lang machen, einatmen, runder Rücken und ausatmen, tief tauchen und dann wieder den rechten Fuß dazustellen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze und wiederum über die Seiten hoch einatmen, runder Rücken und ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, lang und ausatmen, tief tauchen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze und den linken Fuß wieder nach hinten, schön wieder stabilisieren, Füße wieder zueinander ziehen und wieder einatmen und rücken und ausatmen, tief sitzen, nach vorne schauen und einatmen und ausatmen und einatmen und ausatmen und linken Fuß wieder dazustellen und einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, über die Seiten hoch ein, lang machen und ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, lang und und ausatmen, tief tauchen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze und rechten Fuß nach hinten und dann kommen wir in den Low Lunge, einatmen und ausatmen, in die Bank und einatmen und ausatmen, Chaturanga und einatmen, heraufschauender Hund und ausatmen, heraufschauender Hund und rechten Fuß nach vorne setzen und einatmen, in den High Lunge und ausatmen, wieder tief und links nach vorne stecken, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, über die Seiten hoch ein, langer Rücken und und ausatmen, ausatmen, lang machen und ausatmen, tief tauchen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze, links nach hinten steigen, schön tief sitzen und einatmen, in den Low Lunge und ausatmen, in die Bank, einatmen, und ausatmen und ausatmen, Chaturanga und einatmen, in den heraufschauenden Hund und ausatmen, in den heraufschauenden Hund und linken Fuß nach vorne stellen und einatmen und ausatmen und einatmen, halbe Vorwärtsbeuge und ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, über die Seiten hoch ein, lang machen und ausatmen und ausatmen, namaste, einatmen, ausatmen, einatmen, lang machen und ausatmen, mit geradem Rücken in die Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen und rechts wieder nach hinten, schön positionieren, einatmen, einatmen, einatmen und ausatmen und ausatmen und ausatmen und ausatmen, heraufschauenden Hund und rechten Fuß nach vorne und einatmen, 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 halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze und wiederum über die Seiten hoch ein, lang machen und ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, lang machen und ausatmen, tief tauchen, tief tauchen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge und links nach hinten steigen, in den High Lunge, einatmen und ausatmen, in die Bank, in die Bank, einatmen, ausatmen, einatmen, heraufschauender Hund, ausatmen, heraufschauender Hund, links nach vorne steigen, in den High Lunge, einatmen und ausatmen, ausatmen, rechts dazustellen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze, über die Seiten hoch ein, lang ziehen und ausatmen, namaste, einatmen, ausatmen, einatmen, lang und ausatmen, tief tauchen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze und rechts nach hinten und von hier aus in den High Lunge und ausatmen, ausatmen, in die Bank, einatmen, ausatmen, chaturanga, einatmen, heraufschauender Hund, ausatmen, herabschauender Hund, rechten Fuß nach vorne und einatmen und ausatmen, ausatmen, links dazustellen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze, über die Seiten hoch ein, lang machen und ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, lang machen und ausatmen, in die Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze, links nach hinten, in den High Lunge, einatmen und ausatmen, in die Bank, einatmen und ausatmen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, herabschauender Hund, links nach vorne und einatmen und ausatmen, rechts dazustellen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, tanze, über die Seiten hoch ein, lang ziehen und ausatmen, namaste, ein paar Zwischenatmungen, den Atem zur Ruhe kommen lassen, und dann positionieren wir uns wieder, Samas Titi, schön die Schultern nach hinten, unten ziehen und dann steigen wir mit dem rechten Fuß nach hinten, bereiten uns für den Krieger 2 vor, jeder versucht seine eigene Position der Weite zu finden, sprich der rechte Fuß ist 45 Grad und den linken Fuß, denn gehen wir in die Knie, so dass das Knie über dem Sprunggelenk ist und richten uns schön aus, den Oberkörper schön aufrichten, so dass die Wirbelsäule gerade ist, Nabel zur Wirbelsäule und dann breiten wir die Arme aus, schauen wir, ob die Parallelität zum Boden gegeben ist, wir integrieren die Schultern schön und positionieren uns, fein nach außen strecken und dann rechten Arm nach unten, linken Arm nach oben, in den heraufschauenden Krieger und dann linken Arm zum linken Knie und dann ziehen wir mit dem rechten Arm nach oben, so dass beide Schultern schön übereinander sind und dann rechten Arm, so dass Arm und Bein eine Linie ist und dann wieder zurück in den Krieger 2, dann drehen wir uns nach unten, auf einen Pluck oder auf den Boden und mit dem rechten Arm ziehen wir schön nach oben, so dass beide Schultern schön übereinander sind und dann rechten Arm zum linken Arm, den linken Arm außerhalb des linken Beines, das rechte Bein stellen wir nach oben und kommen hier über den herabschauenden Hund in ein Vinyasa, vorher schauen wir, das mal, dass man den herabschauenden Hund schön Schultern integrieren, der Kopf ist locker und dann in die Bank nach vorne, in das Vinyasa, in Chaturanga und in den heraufschauenden Hund und von daraus in den herabschauenden Hund, rechten Fuß nach oben und nach vorne und dann bringen wir den rechten Arm innerhalb des rechten Fußes, den linken können wir abknicken und ziehen mit dem rechten Arm, mit dem linken Arm schön nach oben, richten uns schön auf, alles ist aktiv und dann kommen wir von hier aus wieder in den Krieger 2 auf der anderen Seite. Schauen wir unsere Position an, beide Füße gut mit dem Gewicht belastet, Nabel zur Wirbelsäule, Bauch eingezogen und von hier aus, den rechten Arm auf das rechte Knie und wir ziehen mit dem linken Arm ganz weit fein nach oben, Finger gespreizt und einen schönen Zug von der linken Fußkante bis zum linken Mittelfinger. und von hier aus wieder in den Krieger 2, in den heraufschauenden Krieger, schön lang strecken und von hier aus wieder in den Krieger 2, und von hier aus den rechten Fuß durchgestreckt, ziehen wir noch innen, Hände an die Hüften und von hier aus gehen wir mit dem Rücken, mit dem geraden Rücken nach unten, stellen die Hände auf, feinen geraden Rücken und von hier aus gehen wir mit den Händen langsam zum linken Bein, die Knie leicht microbeugen, nicht durchstrecken und von hier aus versuchen wir den Bauch mehr zum Oberschenkel zu ziehen, den Rücken vielleicht ein bisschen gerade machen und dann spüren wir die Dehnung auf der linken Seite des Gesäßes, fein hineingehen und dann wieder locker zurück zur Mitte und zur rechten Seite, fein hineinatmen ins Gesäß, in die Dehnung hinein, und wieder zur Mitte und dann Hände wieder in die Hüften und komme gerade am Rücken wieder nach oben, dann verzahnen wir die Hände hinter dem Rücken, schön die Brust heraus, schön die Schultern nach hinten zusammenziehen und dann gehen wir wieder mit geraden Rücken nach vorne, und nehmen wir die Arme und nehmen die Arme mit, so wie es fein ist wie die Schultern, die Knie wieder leicht microbeugen, dass wir keine Verletzungen in den Knien haben, dass sie nicht durchgestreckt sind, und wieder zurück und wieder mit geraden Rücken nach oben und locker wieder an die Hüften und dann steigen wir wieder zusammen und kommen wieder an das matten Ende, richten wir uns wieder schön auf und von hier aus kommen wir in den Stuhl, richten wir uns im Stuhl ein, schön die Arme nach oben ziehen und Gesäß nach hinten und dann wechseln wir über diese Position nach vorne, ziehen wir uns ganz lang, den Oberkörper auf den Oberschenkeln auflegen, kommen immer weiter nach unten, tiefer mit dem Gesäß und schlussendlich landen wir wieder im Boot. und strecken die Füße aus, die Hände hinter den Schultern und dann ziehen wir mit dem Becken nach oben, und wieder ins Boot, den Rücken schön gerade machen, die Hände nach vorne, genießen wir die Bauchmuskelaktivität und wieder in die umgekehrte Liegestütze, und wieder nach unten, letztes Mal ins Boot, und ein letztes Mal in die umgekehrte Liegestütze, und wieder locker nach unten, und dann kommen wir wieder mit den Füßen am Boden, richten wir uns schön ein, dass die Wirbelscheule schön gerade ist, nochmal vorwärts folgen, und dann den rechten Fuß an die Innenseite des linken Oberschenkels, richten wir uns schön ein, und dann einatmen, hoch, lang ziehen, und ausatmen, in die Vorwärtsbeuge, jeder kommt für sich so weit, wie es für sich verpasst, die Wirbelsäule eben schön lang ziehen, beim Einatmen hoch richten, beim Ausatmen ein bisschen tiefer tauchen, wenn es geht, lang machen, und tiefer tauchen, und lass mal locker im Bereich der Hüfte, genießen die Dehnung, und wieder locker raus, einatmen hoch, ausatmen, Hände zur Seite, dann wechseln wir die Seite, linken Fuß auf die Innenseite des rechten Oberschenkels, ziehen wieder einatmen hoch, und ausatmen, nach vorne, in die Vorwärtsbeuge, im Becken loslassen, lang machen, einatmen, und ausatmen, tiefer tauchen, und wieder locker, einatmen hoch, ausatmen, dann jetzt Vorwärtsbeuge zu beiden ausgestreckten Füßen, wieder die Wirbelsäule gerade machen, einatmen hoch, und ausatmen, in die Vorwärtsbeuge, einatmen, lang ziehen, ausatmen, tiefer tauchen, und einatmen hoch, und ausatmen, in den Bresitz, stellen wir das rechte Bein über das linke Knie, richten wir uns wieder schön auf, dann greifen wir mit dem linken Arm das rechte Knie, machen wir uns wieder ganz lang, und wirbelsäule schön aufrichten, gerade Sitz, einatmen, lang machen, und ausatmen, nach hinten abstützen, und in die Drehung hineinkommen. Und bei jedem Einatmen wieder hochrichten, und vielleicht ein bisschen tiefer in die Drehung hineinkommen. Und wieder locker lösen, einatmen hoch, und leichte Gegenbewegung, und die Seite wechseln. Linken Fuß über das rechte Knie, wieder fein hochrichten, und dann umschlingen wir mit dem rechten Arm das linke Knie, richten wir uns fein auf, einatmen hoch, und ausatmen, in den Drehsitz, in die Drehung hinein. Und die Drehung fein genießen, und einatmen hoch, und ausatmen, wieder in die Gegenbewegung hinein. Und locker wieder auflösen, dann bringen wir die Fußsohlen aneinander, soweit es für jeden zuträglich ist. Richten wir uns fein auf, umgreifen die Zehen, und versuchen dann ein bisschen höher zu ziehen, und richten wir so gut wie geht die Wirbelsäule gerade auf, und lassen den Atem fein fließen. Und dann nehmen wir die Fußsohlen, die wir zuerst aneinander gehabt haben, nehmen wir die wie ein Buch in die Hand, blättern das noch weiter auf, und dann kann man mit dem Ellbogen links und rechts die Füße ein bisschen weiter hinunter dehnen, und spüren wir so die Dehnung im Bereich des Beckens. Und locker wieder die Knie wieder mitnehmen, und wieder den Boden ausrichten. Nehmen wir uns auf der Matte aus, fein ausrichten, stellen wir die Füße auf, sodass wir mit den Fingern die Fersen berühren können, die Handflächen flach auf den Boden, und dann langsam rollen wir uns auf, Wirbel für Wirbel, das macht die Schultern umsinn, und dann wieder ausatmen, abrollen, einatmen hoch, und ausatmen, wieder nach unten sinken lassen, und beim nächsten Mal einatmen hoch, dann bleiben wir oben, verzahnen die Hände unter dem Rücken, gehen ein bisschen weiter auf die Schultern auf, und bringen das Becken noch ein bisschen weiter nach oben, und dehnen so mehr die Brust nach vorne, das Herz öffnen, und dann wieder langsam absenken, und dann wieder langsam absenken, wieder schönes Steißbein ganz zum Schluss, und dann bringen wir die Füße, Knie zum Brustkorb her, und gönnen den unteren Rücken auf eine Massage, links und rechts der Muskeln, links und rechts der Wirbelsäule, und dann schlagen wir das linke Bein mit dem Sprunggelenk auf das rechte Knie, und greifen zwischendurch, greifen uns in die Kniekehle, und ziehen das Bein ein bisschen mehr her, nicht zu viel, und versuchen wir im Becken locker zu lassen, wir können mit dem linken Ellbogen das linke Knie ein bisschen nach ausdrücken, so dass es ungefähr parallel zum Oberkörper ist, und fein hineinatmen in den linken Bereich des Gesäßes, der jetzt eine schöne Streckung erfährt, und wieder locker lösen, und absetzen, und die Seite wechseln, rechte Sprunggelenk auf das linke Knie, dann greifen wir wieder zwischendurch, und ziehen das linke Knie noch mehr her, und drücken das rechte Knie mit dem Ellbogen, mit dem rechten Ellbogen leicht zur Seite, und spüren die Dehnung auf der linken Gesäßhälfte. und locker wieder lösen, und dann breiten wir uns schön mit dem Rücken am Boden auf, geraden Rücken, und dann das Gesäß leicht zur rechten Seite, und lassen die Knie auf die linke Seite fallen, und genießen, hier die Dehnung im Bereich der Leiste und der Taille, wer mag, kann auch die Hände ausstrecken, und mit dem Kopf auf die rechte Seite schauen, und dann die passive Drehung der Wirbelsäule, und dann wieder zur Mitte, und nach links ausrichten, und dann die Knie zur rechten Seite fallen lassen, und mit dem Kopf zur linken Seite schauen, und ganz locker lassen, in der rechten Hüfte, und locker zur Mitte, und frische Wasser mal vorbereiten, die Füße ausgestreckt, leicht zur Seite, und leicht zur Seite fallen lassen, die Handrücken am Boden, sodass die Handflächen nach oben zeigen, auch ganz leicht weg, und hier kann man jeder, solange er mag, noch in Shavasana liegen bleiben, ich für meinen Teil bedanke mich fürs Zusehen, und wünsche euch noch einen schönen Abend, und eine schöne Gute Nacht, Namaste, Dankeschön.